Schleppert mit dem Klinge, Lano Simas! The Dream will come alive, die Musik läuft. Yellow Dream, an der Superstorms, die Verkaufung hat gemeldet sind. Den Frickzorf, beeindruckende Pulsen gelegt. Und jetzt, das Heimspiel! Lano Simas! Die Arbeit sorgt eben mit den Anläutern zu sammeln, dass man hier von einem Heimspiel sprechen kann. Team Arnold, Team Fere, die helfen sich traditionell seit Jahren gegenseitig. Unterstützend sich. Und wir drücken die Daumen, dass Paul Siebers mit dem Yellow Dream hier den ersten Football in der Superstock-Klasse einpährt. Liebes Publikum, Daumen drücken, Yellow Dream! In der letzten Woche noch einmal komplett auseinandergebautes Stattdor. In einer rechten Seite in der Werkstatt, alle tollen Bezüge, Kommen runter, Kurven wieder raus. Einmal ein Komplett-Check nach Bündorf, nachdem er das so hoch gedreht hat. Und alles wieder neu reingesetzt. Es funktioniert alles beim Sieb-Kriebe, er ist der nächste Schlager. Paul Siebers, Yellow Dream! Paul Siebers, Yellow Dream! Mmh!